Loredana Wollny brachte im Dezember 2022 im Alter von 18 Jahren ihr erstes Kind zur Welt. Wer geglaubt hat, die News um Loredana Wollnys Schwangerschaft habe im Hause Wollny eingeschlagen wie eine Bombe, der liegt richtig. Allerdings führten Silvia und Co. keine Freudentänze auf. Im Gegenteil, für die gesamte Familie, inklusive Loredana selbst, war die News ein echter Schock. Die Wollnys. Peter Wollny reagierte fassungslos auf Loredana Wollnys Schwangerschaft. In einer Folge der neuen Die Wollnys Staffel verrieten die einzelnen Familienmitglieder, wie sie mit der Enthüllung umgingen. Auch die, eingeheirateten, Wollny-Männer thematisieren Loredana auf einer Autofahrt. Schon heftig mit Loredana, findet Florian Köster. Als er mit Silvana zusammengekommen sei, sei Loredana noch ein Kleinkind gewesen. Auch Peter findet es, schon krass, dass seine junge Schwägerin ein Baby erwartet. Loredana ist halt nun mal das Nesthäckchen im Wollny-Haus, und dass sie schwanger ist. Führt er das Thema im Interview mit RTL weiter aus. Für mich persönlich war das schon ein Schock, so der 30-Jährige ehrlich. Damit macht er noch einmal deutlich, dass es in der Familie viel Kontroverse um Loredanas Teenie-Schwangerschaft gab. Die Wahrheit ist also tatsächlich. Das Kind war ungeplant, die ganze Familie in Aufruhr. Niemand habe damit gerechnet, gibt auch Serafina Wollny zu. Loredana ist bald Mama. Das ist schon, komisch, so die 27-Jährige offen. Dass Loredana Wollny ein Baby bekommt, war auch für Estefania und Serafina gewöhnungsbedürftig. Später sucht Serafina das Gespräch mit ihrer Schwester und bietet ihr ihre Unterstützung an. Sie solle jetzt noch so viel schlafen, wie möglich, rät sie ihrer kleinen Schwester. Vielleicht kriegst du ja ein Schreikind, macht sie Loredana ein wenig Angst. Erst damit, zeigt die sich entspannt, da sie weiß, dass Sylvia ihr unter die Arme greifen wird. Loredana, das Nesthäckchen, wird Mama, sagt Serafina am Ende des Gesprächs und lacht.